so sehr schön jetzt hier aus ich glaube sie füllen einigermaßen ordentlich mal gucken wenn sie wieder da sind so ich will sehen was ihr zwei arbeitet am quarry weiter dann kommt erstmal die ebene weg weil da müssen sie nicht so viel hin und her so ja macht einfach mal würde ich sagen wenn wir auf den sonnenaufgang warten ok jetzt füllen sie wieder total komisch krumm auf egal also ich kann das hier vielleicht noch verschieben so so ein bisschen zu steuern so Ja, besser. Okay, machen wir hier einen durch, damit sie besser hier einmal außen rum kommen. Und auch hier würde ich sagen, einen durch. Mistion, aufbäumen. Mistion, aufbäumen. So, jetzt hat er den Stein, der da oben lag. Ach, da ist eine Erzader, die sie erst abbauen müssen. Hier sind sehr viele Erzvorkommen gerade. Ich würde eben so gut es einfach mal so backen. So, ich kann nicht jederzeit halt den Quarry dann immer drei Felder nach unten ziehen und es so umbacken lassen. Gut, gucken wir mal wieder zu unseren Auffülljungs. Also ziehen wir es ruhig in die volle Breite mal. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und die Sonne geht langsam auf. Ich kann schon die Lichtstrahlen am Horizont sehen. Und es wird immer heller wieder. Yay. Bei Tag ist es immer angenehmer zu arbeiten in diesem Spiel. Weil ich das Klammer halt nicht hochdrehen kann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, dann kann ich die zum Tunnel schicken. Und es drei Ebenen tiefer setzen. Das sind drei Ebenen, gell? Und dann können wir da das Spiel wiederholen. So gut es geht. Weil jetzt muss erst mal, wie gesagt, das hier alles noch weggetunnelt werden. Ich kann jetzt schon mal anfangen, hier Teile zu löschen. Wobei, die brauchen wir noch. Wobei, die brauchen wir noch. Wobei, die brauchen wir nicht mehr. Wobei, die brauchen wir nicht mehr. Die brauchen wir auch nicht mehr. Weil das nächste Team wird dann hier lang und hier lang. Wir werden, wir werden wahrscheinlich eh wieder vorher umswitchen müssen. Weil unsere Stockpiles füllen sich ja wieder ganz gut. Und das nur durchs Tunneln. Und wir haben noch nicht mal viel weggetunnelt. Wobei, wir haben schon viel weggetunnelt, aber noch nicht alles von der Ebene. Und haben trotzdem schon wieder gut was auffüllen können. Ah ja, das nennt man Strip Mining Extreme dann halt. Oder ich nenne es halt jetzt einfach mal so. Man muss halt wirklich in diesem Spiel mit den Sachen arbeiten, die man hat. Ja. 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 Ich würde es nur manchmal vorziehen, wenn sowas wie mit dem einzelnen Steinchen nicht passieren würde. Ja. So. Sehr schön Hier sind alle bei der Arbeit Die füllen echt eher hier den Rand aus Als dass sie hier füllen Auch gut Na gut, zum Glück ist schon mal wieder so viel Platz Dass ich jederzeit verschieben kann Das ist schon mal wieder so viel Platz 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 So, ich kann theoretisch das jetzt so machen Und auch die Dinger rauslöschen Eigentlich kann ich auch die rauslöschen Ich brauche nur die da oben Könnt man ja schon fast stolz auf die Bricktrons sein Das ist schon mal wieder so viel Platz Das ist schon mal wieder so viel Platz Das ist schon mal wieder so viel Platz Wie sieht's hier aus? So, hier haben sie schön gefüllt So, das heißt ich kann wieder verschieben Und hoffen, dass sie sauber machen So, erst innen habe ich gesagt Genau so, wollte ich das haben So, und hier geht es leider nicht weiter Das heißt, sie machen jetzt erst mal das Und dann machen sie das Aus Äußere Und danach Quarry Das war jetzt nicht so geplant Da habe ich ihn aus Versehen zum Quarry geschickt Wollte ihn wieder zum Tunnel schicken Aber er hat sich selber wieder in den Quarry reingesetzt Oh, und ich sollte euch eh jetzt wieder zum Flatten schicken So, dann geht Flatten Gut, ich würde aber auch mal sagen Das hier verschieben wir noch einmal Bis zum Rand Und dann gehen wir wieder in unsere Flugansicht Und speichern mal wieder Save Override Und dann gibt's hier erst mal wieder einen Cut Also, bis gleich